Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr seht es schon, ja, ich habe hier ein Video mit einer vernünftigen Kamera. Bam! Auf jeden Fall mega cool. Ja, ich habe mir nämlich mal eine Kamera gegönnt jetzt. Ich hatte ja so mega Bock, auch mal einfach hier so von der Couch aus ein paar Videos zu machen. Und das wird es in Zukunft wahrscheinlich öfter geben, wo ich einfach mal über irgendwas labere. Und ja, das wollte ich nochmal gesagt haben. Ich möchte dieses Video einfach nur machen, um zu sagen, hey, ich habe eine neue Kamera, dies, das. Vielleicht wird es auch irgendwann mal so eine kleine Roomtour oder sowas geben. Muss ich mir aber noch überlegen, ob ich das wirklich mache. Aber sonst, vielleicht nehme ich euch auch mal ab und zu so mit raus. Mal gucken, wenn ich gerade Bock habe, weil die Legria ist ja eine ziemlich kleine Kamera. Die kann man eigentlich überall immer mit hinnehmen. Das ist halt der Vorteil. Aber ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Also ich werde auch versuchen, diese Kamera in meinen Gaming-Videos irgendwie so zu positionieren, dass ich diese halt auch als Facecam quasi nehmen kann. Wäre mega cool, aber ich weiß nicht, ob das sich umsetzen lässt. Werden wir dann sehen. Das soll aber mal ein kurzes Video sein. Ich hoffe, ihr freut euch, dass jetzt bald es losgeht tatsächlich mit ein paar Real-Life-Videos. Und damit würde ich sagen, soll nur ein kurzes Video sein. Vielleicht werde ich auch die Varo-News das ein oder andere Mal von mir machen und das vielleicht ein bisschen lustig verpacken. Schauen wir einfach mal. Also Leute, bis dann und ciao.